Viele hier, macht ihr das Ding klar. Mit Luca, ne mit Finn. Mit Finn und Tommi und Toa. Die sind aber fleißig heute Abend, mein lieber Freund. Wo ist denn eigentlich der Polar-Bee? Ist er schon weg? Ja, schon weg. Oh, Polar muss ich auch mal einfallen lassen. Aber das ist ein guter, das wird ein guter, glaube ich. Das kann passieren, so eine Dinge. Stefan Wächter hat, als ich ihn gefragt habe... Oben links jetzt. Oben links habe ich meinen Reiner. So, Finn, mach ich mal richtig lang. Mach Tommi mal lang. So, Feuer! So, aua, aua. Gut gehalten, aber auch nebenbei. Tommi ist ein guter, nebenbei. Der ist klasse. Na, gegen Autos hat er auch gekriegt. Hätte er auch gekriegt. So schlecht waren wir noch. Vorletzte Saison war noch besser. Der ist für nur gegen Autos gemacht. So ist er gut. Oh, er ist sauber. Ha, 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 ha. Herr Mikkel, der fahrt aber nicht. Wir müssen Spaß abkönnen. Das hat alles Spaß, wenn wir für ihn machen. Schön, das ist schön gehalten. Nachschluss. Schade, dass ich das mit der Hüfte habe, Jungs. Ich hätte euch doch welche raufgeknallt. Da kannst du dich aber auch verlassen. Mit dem Mikkel mit reingefahren. So will ich das sehen hier. Die zweite Schicht ist zu Ende. Oha. Das darf man nicht drehen, das ich sehe, Finn. Von einem Meter vorbei. Ja, siehst du. Schon wieder im Tunnel. Ich mach dich auch nicht rein. Komm mal los. Mach nicht schon Pause. Schon wieder Trinkpause hier. Steh auf. Warte mal los. Die beiden Jungs sind zwei gute. Der Finn-Pohrer ist auch ein guter. Der Finn-Pohrer müsste noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Den schubst du ja vom Fahrrad, den Jungs. Da kann ich mir vorstellen, so viel Fahrrad wie du fährst. Wieso? Der Finn-Pohrer hätte ich früher auf den Muskeln tanzen lassen. Auf der Oberarme. Was denkst du das? Aber Elfmeter schießen kann der auch. Ja, Lue. Mensch, Finn. Besser als der andere. Machst du Sonntag auch im Stadion? Elfmeter schieß dich jetzt. Los, hau sie rein. Peter? Ja, ich war da. Ja. Aber das hat mir nicht so gefallen. Nee. Schönes Ding. Sauber. Die Stimmung war nicht gut. Ach, Scheiße. Ja, Scheiße. Ja, Scheiße. Wie war das Scheiße? Ich war ja auch nicht da. So, ist alles okay. Du warst gar nicht da. Die Stimmung war nicht gut. Ja, weil ich hatte Geburtstag. Genau. Geburtstag natürlich. Gut. So, jetzt will ich mal Schluss machen. Dann filmen wir gleich die Arme. Ich treffe ja sowieso nicht die Jungs. Doch, doch. Sind beide gute Jungs. Finn ist auch ein Guter. Und jetzt noch ein Ding ist, ne? Finn und Fili macht das schon. Aber Finn ist… Der trifft jetzt unten links. Hau wir mit der Hacke rein. Oh, davor war ne Parade. Da war die alte Thomas Schule. Genau auf dem Eckpunkt.